Hallo, ist das gültig? Danke. Guten Tag, fahren Sie in mein Ciao. Mahlzeit, bitte sehr. Danke sehr. Salut, fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich. Salut, das Ticket. Ciao. Guten Tag, ich hoffe, ich bin hier richtig. Cool. Mahlzeit, mein Ticket, können Sie das rückgängig machen? Ich muss da ganz woanders hin. Hi, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Ciao. Salut, ich hoffe, ich bin hier. Cool. Grüezi, hier ist mein Ticket. Vielen Dank. Hallo, hier mein Ticket. Danke. Ciao, ich hoffe, ich bin Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020